Es ist 14 Uhr. Alles, was jetzt aus Frankfurt, Deutschland und der Welt wichtig ist. Hier sind die Radio Frankfurt Nachrichten. Mit Daniel Driller. Guten Tag. Unabhängig und neutral. Alles, was jetzt aus Frankfurt, Deutschland und der Welt wichtig ist. Live aus den Skyline Studios. Hier sind die Radio Frankfurt Nachrichten. Ich bin Benjamin Hofmann.